Hallo Michael, ich bin hier. Guten Tag, ja, okay, ich will weiter. Die ganze Zeit, ich will weiter. Was soll ich denn noch erzählen? Wunderbar, ich bin jetzt voll. Na, schrei mal. Nein. Gehören, gehören, gehören auch. Oh, das sehen wir wie Lenni damals. So Freunde, wir kommen jetzt hier zum ersten Live-Hörspiel vom Hörspielprojekt. Es trinkt den Titel Hund, Katze, Maus. Und wenn ihr Bock habt, geht ihr nach dem Hörspiel einfach mal nach oben, denn da ist das Hörspielprojekt mit einem riesigen Stand und sie haben geführte 3000 Hörspiele mit. Und ihr könnt einfach spenden. Also ihr könnt theoretisch 100 CDs mitnehmen und packen Fünfer rein und fällst laut. Aber erstmal gibt es hier jetzt, das ist ja auch groß. Äh, Hund, Katze, Maus, bitte einen großen Applaus für Lackmann-Bittner. Lackmann-Bittner. Und ich hätte gerne. Einmal vielen Dank. So. Okay. Können wir das sehen? Ja, klar. Sehr gut. Gut, Katze, Maus. Gut, kurz vorweg, wir lesen die Szenen und auch die Soundbeschreibung vor. Weil wir haben ja jetzt keinen Sound zu machen und auch niemand, der mit der Tür aufpassen soll. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß daran. Das ist auch ein bisschen oberhexiger gesagt. Ja, und ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß. Okay, Hund, Katze, Maus. Szena 1. Dunkles Erwachen. Sound. Katze schnarcht und schnurrt. Hund kommt näher. Hecheln und haut gegen Katzenkorb. Hey, 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 Kahn, komm an, du elendes Katzenviech. Komm auf, los, mach so. Was zum Teufel, was ist denn los? Was zum Teufel, was ist denn los? Meiko? Komm endlich nach Hause, Mann. Ja, ja, bitte, nur nicht so laut. Oh, ich komm ja schon, so fern mein Kopf durch dieses Loch passen. Ich mach schon hin. Sound, rasch schönes Katzenkorb. Oh, ich mach schon, rasch. Oh Mann, hab ich eine Mechelkarte. Oh, hör auf mit deinen Späßen. Es ist etwas passiert. Ich fühl mich ehlen. So hundern. Oh, sag ich ja nichts falsches Freundchen. Hör mir zu. Martin. Also, Martin. Martin ist eine Maus. Maus ist eine Maus. Ja, Martin ist eine Maus. Ja, hast du, du hast recht. Ich bin ein Kater, du bist ein Hund. Ein kleines Detail, der natürlich Nahrungskettler sich... Martin ist Maus ist tot. Was? Martin ist tot? Ja. Wo? Da, ein Hund. Oh. So, was heißt hier? Oh. Martin ist Maus ist tot. Er ist bei deinen Armen. Er gibt keine Pieps mehr von sich. Er ist eine Ex. Oh, pass so. Pass so, du würdest jetzt hier diesen Hundesketch aus dem Fernsehen, ja? Das war kein Hund von der Karl. Martin liegt tot auf dem Teppich im Wohnzimmer und du machst hier Witze. Du meinst das ernst, oder? Wir hatten doch heute Morgen zusammen einen gehoben, Mann. Da weiß ich nichts mehr. Einen gehoben? Sieh dir diese Sauerei doch mal an. Braucht ihr nur so zählen? Oh, da kommt ihr so zum Arsch. Nur mal halblang. Gehen wir erstmal hin. Oh, ja endlich, wir sind verdünftig. Sieh und zwei. Tag auf Besichtigung. Sau, leichtes Boden getappelt. Ich hilf, Raum wechseln. Oh, scheiße. In der Tat gerade. Ein riesen Haufen davon. Mehr als ich jemals. Schau mal, wie das hier aussieht. Die Leer-Schnapsflasche, das zerstört den Mensa. Oh, das Bild von uns beiden liegt abgekackt auf dem Boden. Oh, verdammt. Und dazwischen liegt Martin. Ah, ja. Ja, wie immer ist es schrecklich. Sieh und wie er da liegt. Alle Viere von sich gestreckt. Sein Fell ist ganz strubbelig. Und den Whisky aus der Flasche neben ihm. Oh, das ist so furchtbar. Ja, ja. Möge er im Hose hinverschämmer sein Gese bitten. Amen. Hey, was ist los mit dir? Er war unser Kumpel. Ein Freund. Wir waren unzertrennlich. Naja, also du hast ihn nur nicht gefressen. Aber ansonsten waren wir unzertrennlich. Und nun sieht er doch an. Was machen wir denn jetzt? Ich muss sagen, wir lassen es so, wie es ist. Und schieben es an die Maus. Bist du irre? Frauchen glaubt uns das niemals. Und außerdem hat Martin das nicht verdient. Und wir sind dem was schuldig. Also zumindest sollten wir in Erfahrung bringen, woran er nun genau gestorben ist. Lass mich zu. Na gut. Dann würde ich sagen, du sicherst die Spuren und ich... Ach, das hier war Martin. Ist das dir? Du willst ihn aufschneiden? Haben wir nicht schon genug Probleme? Hm? Ob die schon genug Probleme haben? Fake 36. Wie du schon sagst, ist das nicht schuldig. Und gut als Edeln sind für die Ästhetik. Und das frau ich jetzt. In der Ball nochmal. Denk nur ein Ball nochmal, den jeden Tag. Oh, komm, da hast du die Fälle aus dem Spiel. Dann sind wir es also eigentlich. Du wirst Martin nicht aufschneiden. Mir sichert erstmal nur diese Beweise. Ja, da spricht ein warmer Spürmann. Also gut, Schlitzen geht nicht auf. Aber die Leiche muss verschwinden. Sonst krieg ich ja richtig Ärger. Ärger? Wir? Du warst für die Maut zuständig. Ach, jetzt auf einmal, ja? Was musste ich mir anhören, als ich mir bei der letzten großen Jagd die Kreien lackiert habe? Oh, das kannst du nicht machen. Er ist doch so zart. Oh, dein Kleidut. Bla, bla, bla. Halt die Klappe und fang endlich an, um die Spur zu sichern. Ich glaube, ich muss mich gleich übergeben. Szene 3. Beweisführung. Sound. Irgendwelche Gegenstände werden mit mir heute gestopft und anschließend hingestimmt. Raschel, Raschel, Bülz. Schwerer, Schach, Platsch, Schwerer, Schwerer. Und, 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 und. Oh, fertig. Das war ein hartes Stück Arbeit, ja. Also, die großen Gefrierbeugel sind jetzt auch alle, aber wir haben alle Beweise der Tag gesichert. Ich weiß nicht. Also, bist du sicher, dass die vollen Basen zusammen mit den Videokassetten in einen Beutel waren? Immer das Schlusswort alles drängend? Die Spuren sind alle thematisch gesichert. Außerdem hätten die Beugel sonst nicht geweist. Naja, und nun? Nun. In Anbetracht der Beweise ihrer Anordnung und der Stellung des armen Martin habe ich bereits eine erste Theorie. Ah, dann bin ich auch mal gespannt. Er wurde erwartet. Interessant, Scherlocasso. Wie kommen Sie zu dieser kühnen Schlussfolgerung? Ach, nun, mein lieber Doktor Karl, in Tüte 1 haben wir die Zigarettenkippen, den Haufen ausgewirkten Fellknäuel und Frauchens Strickpotenzilien, den strengen Geruch nach zu urteilen mit Rüßelbrüchtränken. Korrekt. Notieren. Gut, ich vergeben, ja. Was? Äh, nichts, bitte, fahren Sie vor Ort. Ja, also. Ich denke, es ist so abgelaufen. Heute Morgen war Martin oben auf dem Schrank und wollte mit dir spielen. Spielen hättest du das? Er war so gezielt gefährdet. Szenarier, Retrospektive, Provokative. Na, los, Karl, wir müssen alles tun, fettes Vieh. Fang ich doch, wenn du kannst. Du bist ganz oben auf meiner Liste der dringlichsten Tätigkeiten, Martin. Ja, ja, nun schau sich mal an, dieses fette Vieh an. Das kommt von den vielen Mist aus den Dosen, denen ihr beide immer zu euch rein schaut. Ach, und die angeklammerten Plastiktüten sind gesund, oder was? Du solltest außerdem nicht vergessen, dass die Dosen von deiner störenden Anwesenheit ablecken und dir einen weiteren Tag deines Lebens schenken, Kumpel. Oh, ich zittere. Du kriegst auf deinen Arsch nicht mehr alleine von alleine hoch, ohne dass hast du dich in den Schwanz packen muss. Ich warne dich, Freundchen. Dose oder nicht Dose, ist hier keine Frage mehr. Noch ein Spruch von dir und ich präsentiere dich, Frauchen, als durchgekaufte Trophäe auf dem Sofatisch. Oh, du bist langweilig, Karl. Okay, du hast es so gewollt. Sound, Katze steht auf, Knappen knacken. Schwere Schritte auf Teppich. Sprung auf das Sofa. Bleib, wo du bist. Ich bin gleich bei dir. Okay, okay, ich mach mal so lange in die Küche. Sound, Katze springt ins Regal. Krachbeiner runter. Knappen knacken, hab ich, hab ich, hab ich. Kippe nur fähig. Sound, Aschenbecher wird mit Wucht geworfen. Tag, Katze, ist jetzt herunter. Was zum... Ihhh, das ist ja niederlich. Aschenbecher hat ein Stummel auf einem Feld. Na warte, du missfähig. Oh, oh, pass auf. Das ist Ricksack von deinem Brauschchen. Was? Oh nein. Sound, Katze kommt ins Stolper, rutscht ab und bleibt mit der Kralle an einer Schranktür. Ah, Hilfe, ich häng dir fest. Oh Mann, kann man nicht mal in Ruhe schlafen, ohne dass ihr wieder irgendeinen Mist macht? Martin, wie oft hab ich dir gesagt, Finger weg von Frauchenstüten. Und Karl, komm, da, und da, und der Schranktür. Da sind bestimmt die harten Sachen von Frauchen zu finden. Die ist bestimmt nicht begeistert, wenn du... So, Schranktür bricht ab. Flaschenfeiner Nuss, Katerpitz und Boden. Wow, du bist kaputt, Max. Oh, wunderbar. Oh, 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 oh. Hey, das war nicht meine Schuld. Dieses dämliche Mäuse, wir haben ihn produziert. Hallo, ich lasse mir mal ein bisschen. Lecker. Äh, pass. Lecker. So, und Maus, tappst zum Schrank, vor allem auf Schrank, zum Teppich, Mausschlupf von der Auslochenflasche. Oh, lecker, und wie das läuft, wie manl. Oh, du bist krank. Martin, nein, nein, das ist verlassen, neulich. Das ist wirklich lecker. Egal, du noch nicht auch noch. So, und Katze, Mausschlupf von der Tische. Komm, Teppich. Das ist Brauchenszeug. Auch wollt ihr das verlassen? Ach, komm mal, spiel nicht so auf. Komm, ihr habt euch mit. Na gut, aber nur einen. Szene 5. Filmriss. Ja, das ist so der Moment, an der Filmriss anfängt. Ja, ja, also, du und Martin habt dann um die Bette gesoffen. Du musstest dich übergeben, dummerweise über dem Strickzeug, und dann seid ihr grün durch den Wohnzimmerschrank getrampelt und habt alles aus den Vitrinen rausgeholt, was ihr finden konntet. Frauchens Videokassetten mit den nackten Menschen vorne drauf habt ihr dann mit dem Wasser aus den Vasen übergossen. Ich glaube, das muss das nicht gewesen sein. Also, ich musste danach jedenfalls ganz dringend mein Geschäft machen. Na ja, und wie kommst du nun darauf, dass Martin nach vorne wurde? Ja, Whisky. Er roch nach Mandelöl, weißt du noch? Ja, und? Blausäure. Was? In dem Whisky war Blausäure. Blausäure. Ja. Du willst mir allenerstes sagen, das ist ja toll, dass Single-Moll-Whisky mit Blausäure versetzt hat, um Martin zu töten. Ja, ja, also nicht nur ungesinnt Martin, aber die anderen Gäste von Frauchen, die auch immer hier auf den Boden fliehen, nachdem sie hier zu dem Haus waren. Ach ja, genau, das macht Sinn. Genauso, dass wir beiden das gleiche, wie Martin getrunken haben, überleben. Komm, vergiss es, Hassel. Lass mir nicht die Leiche verschwinden. Ach, du bist immer so gemein, wenn mich ein Geist des Pits beschäftigt. Ach ja? Apropos beschäftigt. Wo hast du denn vorhin eigentlich dein Geschäft betätigt? Na ja, da hat man auch genug Platz beachtet. Wo? Bei dir? Das glaube ich jetzt nicht. Sons, Kater lässt seine Katzenkirche. Ah! Ah! Sollen riechen die aus? Ich bin nicht so laut. Wir wollten doch jetzt die Maus verschwinden lassen, oder? Oh mein Gott! Und deswegen? Wie kannst du einen Kleiner auf Peterbocken mit dem Freiburgen auf, direkt in den Eichhackstück platzieren? Wo wolltest du, Martin, gleich nochmal entsorgen, oder? Ach, du... Tja, das kannst du so. Schalt dir das mit Bödieg aus. Oder möchtest du gerne? Oh, was ist dann der Riech? 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 Das hat schon genug Mühe gemacht, mich aus der Öffnung wieder rauszukommen. Das ist wahr, wie die Riech heißt es, ja? Sons, eine kleine Uhr geschnuppt die volle Stunde an. Ding, dong, ding, dong. Ich muss dir jetzt noch vorstellen, der Kater ist eingefroren. Komm, du kannst dich auch mal hin. Ich hab eine Idee. Zähler 6. Bye, bye, Martin. Äh, bist du sicher, dass die Mikrowelle ausgerechnet das Richtige ist? Also ich meine, das sieht Frauchen doch sofort, wenn sie die Klappe aufmacht. Nicht, dass ihr ihn nichts einschalten. Du willst ihn grillen? Omega, warum das denn? Warum, warum? Wenn man deswegen seine Bestandteile auflöst, verstehst du? Dann ist er nicht mehr da. Wir kriegen keinen Einmal auf, weil wir vorhin nicht erklären müssen, dass uns die Maus besoffen gemacht hat. Ach, ist jetzt auch egal. Ich will sehen, wie sein Körper Blasen schlägt. Du bist einfach nur krank, weißt du das? Hey, das ist eine Ex-Maus. Das waren deine Worte. Es würde nicht, ob man explodiert. Na gut, bring es in Taunus. Da hin. Hey, hey, wo bin ich? Was ist das für ein Ort hier? Sound, Mikrowelle reingeschaltet. Hä? Hilfe, man, lass mich hier raus. Oh Mann, mir wird es aber immer so heiß. Lass mich raus. Sound, Maus, her mal von TQ28 bis 233 an die Scheibe. Es ist da, 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 da. Oh, der Scheibe. Hä? Das ist Martin. Nee, ist gar nicht tot. Schnell, mach die Mikrowelle aus. Oh nein, wie? Ich weiß nicht wie. Ich warte mal, dass du verdammte Zeit um willst. Das heißt, es sind 20 Minuten. Oh mein Gott, mach raus, ihr Schmaler. Drück den verdammten Knopf. Das geht ja woher. Saug, Kater versucht den verdammten Knopf zu rücken. Es geht nicht, es geht nicht. Szena 7. Danach kommt das Aufwisch. Sound, Spachtegeräusch von Frauchen in der Mikro. Schrapp, 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 schrapp. So eine Sauerei, wenn ich diese Beine zu fassen kriege. Karl Hasso. Hört ihr mich? Ich komme und dann hole ich euch. Und dann drehe ich euch den Hals um schön langsam. Sound, wilde Spachtelkratzen. Die Tiere haben sich im Schrapp versteckt. Schrapp, 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 schrapp. Vielleicht war die Mikrowelle doch keine so gute Idee. Na klar war das eine gute Idee. Sonst hätten wir ja gar nichts mehr zuerst bekommen. Hast du wirklich kein Appetit? Oh nein, er ist mir gründlich vergangen. Ach, und ab den nicht so. Ich habe nach Martin extra genügend Dosen nach Munde und Katzenvortragel von Stein getroffen. Das war aber auch das krägste, was du machen hast. Aber so mein Heimhaar wäre ich mausetot gewesen. In der Tat. Na ja, zum Glück hatten wir die Mikrowelle rechtzeitig abschreiben können. Allerdings hatte ich die Reaktion der Dosen auf die Mikrowelle nicht so ganz erwartet. Sound, Schritte von Frauchen legen sich aus der Küche. Lams, 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 lams. Stücke, stücke, stücke. Wo geht sie denn jetzt hin? Auch nicht etwa... Boah. Karl, du hast doch bestimmt das ganze Mandelöl auf den Teppichparteien. Zusammen mit dem Pölken Whisky. Na, warte, wenn ich dich erwische. Ah, einfach ignorieren. Oh, jetzt geht's ins Ballzimmer. Oh nein, was ist denn das für ein riesiger Haufen vorm Katzenklo? Hasso, komm sofort hierher. Oh, na ja, und wenn Frauchen ruft, dann muss ich wohl hin. Ach, Herr Lee. Sound, Schrankklappe öffnet sich und der Hund verlässt ihn schwank. Wir ziehen auf dich, Hasso. Ja, Hasso, was hörst du? Danke, Freunde. Ich weiß, dass ich auch heute zählen kann. Sound, Hund verschwindet. Ich gebe ihm zwei Minuten. Ich setze auf eine. Nein, wette gilt. Will dem auch sein. Es trifft nicht den Falschen. Ende. Vielen Dank. Hat es auch gefallen. Alle von euch kennen es ja vielleicht schon, sind es die, die jetzt auch bei Hörspielprojekt.de auch irgendwie aktiv sind oder die Hörspiele von uns kennen. Ja, ich wollte noch kurz ein bisschen was zu Hörspielprojekt.de erzählen. Ich meine, viele von euch kennen es ja schon. Wahrscheinlich ist die Elf des Jahres, kann man so oft trennen. Sowieso schon Ex-Mitglieder. Für die anderen kommt doch gerne zu uns, wenn ihr Spaß am Hörspielen habt, sowohl beim Hören, das ist nämlich hörspielprojekt.de, als auch beim Machen. Und das ist eine Seite, die nennt sich Hörtalk.de, da sind ja eigentlich alle registriert, die hier auf der Bühne stehen und noch einige andere hier im Sagen. Und wir suchen eigentlich alles, wie Spaß und Lust und Daumen haben, um kreativ etwas zu entwickeln, zum Beispiel als Fib zu schreiben oder Musik zu machen oder zu sprechen oder tatsächlich auch ein Hörspiel abzumischen oder einfach nur zu diskutieren, zu hören oder sonst irgendwas. Wir sind eine recht große Community, wir sind schon recht lange im Geschäft, würde ich jetzt mal sagen. Wir verkaufen natürlich unsere Sachen nicht, das heißt, wir geben die quasi frei Haus zum Download frei und das kann sich jeder runterladen, kann jeder kopieren, kann jeder weitergeschicken und nur nicht verkaufen. Das ist nicht so ganz erlaubt, aber ansonsten könnt ihr mit den Dingern alles machen, also auch an der Wand tapezieren oder irgendwie das Fußwohlen auslegen. Und Mut, Katze, Maus könnt ihr auch oben mitnehmen, da sind noch so, auch ausgedruckt, also schon als CD gebrannt und mit Cover schön ausgedruckt, oben am Start vom Hörtalk, das Spielprojekt, wäre das lustig, wenn du die Geräusche gerne in echt hören möchtest, so als echtes Geräusch. Genau, nicht so interessantisch vorgetragen, wie ich meine mich gerade gerade. Also, wie gesagt, wir haben ganz viele Sachen, wir haben Horror, wir haben Science Fiction, wir haben Humor, Fantasy, wir haben auch ein bisschen Steampunk, wir haben, was war noch, Dramen, haben wir noch, Krimis, also wirklich alles noch bei Kindern gespielt zu vergessen. Also man kann sich wirklich alles angucken, es gibt vielleicht nicht so die ganze Auswahl als CD gebrannt, aber wir haben ganz viel zum Download und ihr findet da auch jede Menge Flyer und Informationen, könnt ihr Leute auch fragen, was da Sache ist und was alles gemacht wird und so. Und da wünsche ich euch ganz viel Spaß. Geht ruhig hin, guckt es euch an, noch gar nicht, ob ihr hier vorne sitzt oder so, macht einfach. Und ja, dann freue ich mich auf jeden Besucher, der da kommt und dann, ja, bis dann, viel Spaß auch noch. Was heißt das Projekt? Vielen Dank, Dagmar Bittner, Laura Schmidt und Michael Gerdes. Wir bauen jetzt gleich um, denn hier wird um 12.45 Uhr eine große Podiumsdiskussion stattfinden, denn Thomas Bierker von Wiemann Productions hat die Lust.